Frauenfußball ist so interessant wie Männer stricken. Ich glaube, wenn ein Mann stricken würde, so auf TikTok, der würde viral gehen. Wenn sie nackt spielen würden, würde ich mir die Spiele auch im Pay-TV anschauen. Ja, ich mir auch. Ach du nicht, Scheiße. Das war Ironie. Soll ich nackt spielen? Mehr Zuschauer. Da kann ich nichts dagegen sagen, sagte Horst 63 alleinstehend. Frauenfußball wird bleiben, was er ist und schon immer war. Uninteressant. Genau wie deine Kommentare. Ich glaube, da ist ein Rechtschreibfehler. Interessant. Das Un ist falsch. Erklär mir mal Abseits. Weißt du, was Abseits ist? Ja, du? Ich weiß nicht, was Abseits ist. Ich bin eine Frau. Keine Ahnung. Ich finde eine Bundesliga im Wäsche bügeln interessant. Das kann dann auch eine Frau moderieren. Also ich muss sagen, ich besitze nicht mal ein Bügeleisen, aber ein kleiner Pro-Tipp von mir. Wenn ihr die Wäsche nur schön aufhängt, dann braucht ihr es auch nicht bügeln. Ja, sehe ich auch so. Wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne anschauen. Für mich wäre das so, als wenn Ronaldo, Kimmich, Neuer und die ganzen anderen Topstars in der Küche zusammen kochen würden. Ja, ich denke, das würde ich mir dann auch anschauen. Wenn du willst, spiele ich auch beim Kochen Fußball. Weniger weibliches Gekreische, dann schaut man sich das vielleicht lieber an. Also ich glaube, wir Mädels kreischen weniger als die Männer, wenn ich mir so manche Spiele anschaue. Also ich glaube, wenn du mal Neymar anguckst, der kreischt öfter als wir. Ich glaube, es gibt andere Sportarten für Mädels, die besser ankommen. Beachvolleyball zum Beispiel. Da würde ich auch mal zuschauen. Ich würde auch zuschauen, wenn du im Höschen Beachvolleyball spielst. Frauenfußball? Es schaut sich doch auch kein Mensch ein Pferderennen mit Eseln an. Was ist das für ein blöder Kommentar, ey? Das ist ja was anderes, Frauenfußball. Wie anders? Wir sind keine Esel. Ja, der ist gut. Der ist gut. Es reicht. Ja, der ist gut.